Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 114. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich muss gerade etwas vor mich hin grinsen. Ich habe nämlich diese Begrüßung schon einmal gemacht, habe dich aber dabei so angeschrien, dass ich das doch mal neu machen musste. Aus irgendeinem Grund habe ich ein bisschen laut gesprochen. So, wenn das die erste Podcast-Folge ist, die du hörst, diese lachende Frau da, die du hören kannst, ist Marisa. Ich bin spirituelle Lehrerin und Autorin. Und dieser Podcast ist etwas, was ich liebend gerne mit der Welt teile. Jede Woche spreche ich mit dir und ganz vielen anderen über spirituelle Themen, über spirituelles Wissen und über einen achtsamen Umgang mit dir selber und mit der Welt. Und heute wollen wir eben genau um diese Achtsamkeit uns kümmern. Denn heute geht es mir um das Thema der achtsamen Kommunikation. Und zwar nicht nur im Außen, sondern auch im Innern. Also es geht mir auch darum, dass du achtsam mit dir selber kommunizierst. Was meine ich denn genau mit achtsamer Kommunikation? Nun, für mich ist die achtsame Kommunikation eine Form der Kommunikation, in der ich mit mir selber ehrlich bin. In der ich ehrlicherweise zugebe, was der wahre Grund ist, warum ich etwas sage oder nicht sage und warum ich etwas tue oder nicht tue. Denn wir tendieren dazu, und das ist etwas, was ich ganz, ganz viel beobachte, uns selber zu erklären, warum wir etwas tun und nicht tun. Und wir reden uns das selber gerne schön. Wir reden uns gerne schön, warum wir etwas machen oder nicht. Und das hat für mich etwas mit einer Verdrehung der Wahrnehmung zu tun, beziehungsweise vielleicht sogar eher ein bisschen mit einer Verdrehung der Wahrheit. Und ich will mit dir heute ein paar Wörter angucken und ein paar Sätze, die ich als destruktiv empfinde und als nicht hilfreich. Und ich will mit dir ein paar Sätze und Wörter angucken, die ich als konstruktiv empfinde. Wenn du mir zuhörst und dies vielleicht schon eine ganze Weile, dann wirst du merken, dass ich einige Wörter einfach nicht nutze. Ich nutze kaum jedes Wort toll. Ich nutze kaum jedes Wort herrlich und ich nutze das Wort dämlich überhaupt nie. Toll ist verrückt, deswegen nutze ich das nicht so gern. Also ich will nicht sagen, etwas ist besonders schön, wenn ich dann sage, etwas ist besonders verrückt. Deswegen sage ich nicht, das war ja toll. Das kann wohl sein, dass ich das zwischendurch mal nutze, aber ganz, ganz selten. Und warum ich die Worte herrlich und dämlich nicht nutze, ist im Wortstamm drin schon drin. Wieso sollte etwas, was mit einem männlichen Wesen zu tun hat, etwas Positives ausdrücken? Also herrlich, das war ja herrlich. Und etwas, was mit einem weiblichen Wort zu tun hat, etwas Negatives ausdrücken? Also das ist ja dämlich. Das ist für mich überhaupt nicht in Ordnung und deswegen nutze ich diese Worte nicht. Das sind sehr offensichtliche Worte und ich will heute mit dir gar nicht über so offensichtliche Worte sprechen, sondern über Worte, die du wahrscheinlich in deinem Alltag alle Viertelstunde brauchst, vielleicht eher öfter. Und das ist auch überhaupt kein Problem, dass du sie brauchst, weil es sind Worte, die wir immer wieder brauchen. Sie haben aber auf der einen Seite eine Bedeutung, die destruktiv ist. Und die Worte, um die es mir heute geht, ist das Wort aber und es ist das Wort eigentlich. Und wenn du dir das überlegst, dann ist bei einem eigentlich fast immer ein aber mit dabei. Wie geht's dir heute? Eigentlich gut. Und du hörst schon, dass da jetzt ein aber kommt. Bist du glücklich mit deinem Leben? Eigentlich schon. Machst du deinen Beruf gerne? Naja, eigentlich schon. Und jedes Mal, wenn ich dieses eigentlich erwähne, hörst du, da kommt aber jetzt ein aber. Und wenn wir vom eigentlich aber sprechen, dann wirst du merken, worum es mir in dieser Folge geht. Es geht darum, dass jedes Mal, wenn du eigentlich benutzt, kommt hinterher ein aber. Und ganz, ganz oft in diesem eigentlich aber erklärst du dir, warum du dein Leben nicht veränderst. Du erklärst dir, warum du nicht in die Selbstverantwortung gehst. Eigentlich tut mir der Kontakt mit meiner besten Freundin nicht gut, aber ich kenne sie halt schon so lange. Sie braucht mich im Moment gerade. Ich kann doch nicht einfach gehen. Vielleicht habe ich ja keinen mehr nachher. Und ich möchte dich fragen, wenn du dir das nochmal überlegst. Also wenn dir der Kontakt nicht gut tut zu einer bestimmten Person und du dir dann erklärst, warum du den trotzdem hast, dann möchte ich dich nochmal fragen, bist du da in der Eigenverantwortung oder bist du da das Opfer deiner eigenen Glaubenskonstrukte? Bist du da vielleicht eher in der reaktiven Haltung oder bist du wirklich aktiv? Wenn ich in meiner Praxis gucke, dann sind ganz, ganz viele von diesen Sätzen, die mit eigentlich beginnen und mit aber weitergehen, ganz viele von diesen Sätzen haben, mit Arbeit zu tun. Bist du glücklich auf deiner Arbeit? Eigentlich schon, aber meinen Chef mag ich überhaupt nicht. Eigentlich schon, aber ich bin total gelangweilt. Nein, ich mag meine Arbeit eigentlich nicht, aber ich habe Angst zu kündigen, um mich selbstständig zu machen oder was anderes zu finden. Eigentlich und aber sind ganz, ganz häufig ein Hinweis darauf, dass du nicht in die Selbstverantwortung kommst. Warum kannst du denn nichts Neues finden? Ich bin sicher, wenn wir das gemeinsam überlegen, können wir tausend Gründe finden. Ich bin alleinstehend. Ich bin zu alt. Ich bin zu wenig gebildet. Ich habe diese Weiterbildung nicht gemacht. Ich weiß gar nicht wo. In einer anderen Firma wird es mir nicht besser gehen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen will. Darum mache ich halt weiterhin das, was ich kann. Wenn du dir das überlegst, dann wirst du merken, dass deine Seele dabei nicht glücklich ist. Deine Seele wird dabei nicht sagen, aha, genau deswegen bin ich gekommen. Und ich weiß, dass wenn du mit dir selber anfängst, ehrlich zu sein und für dich selber tatsächlich ehrlich überlegst, was denn hinter diesem Aber wirklich steht, dann kannst du ganze Durchbrüche erzielen. Du musst nicht mir gegenüber ehrlich sein. Und diese Ehrlichkeit erwarte ich auch nicht von meinen Klienten, wenn sie nicht möchten. Das ist völlig in Ordnung. Du entscheidest für dich, was du ins Außen tragen kannst und was nicht. Und das hat mit mir nichts zu tun. Das hat auch mit niemandem sonst etwas zu tun. Wenn ich heute mit dir über die achtsame Kommunikation spreche, dann geht es für mich im allerersten und allerwichtigsten darum, dass du mit dir selber ehrlich bist. Dass du dir selber gegenüber den Mut hast, wirklich ehrlich Antwort auf die Frage zu geben, warum mache ich dies nicht? Warum zum Beispiel kündige ich eine Stelle nicht? Und wenn du dir das nochmal genau überlegst, ist hinter diesem Eigentlich-Aber etwas anderes versteckt. Was versteckt ist, ist zum Beispiel, ich bin noch nicht so weit. Ich kann im Moment die Energie noch nicht aufbringen, dieses Thema anzugehen. Ich habe den Mut noch nicht, das zu tun. Ich habe den Mut noch nicht zu kündigen. Oder es ist mir im Moment nicht wichtig genug. Aha, es ist mir im Moment nicht wichtig genug. Und da sind wir bei einer Quelle angelangt. Ich würde eigentlich schon gerne kündigen, aber es ist mir im Moment nicht wichtig genug. Ich möchte eigentlich schon gerne 10 Kilo abnehmen, aber es ist im Moment nicht wichtig genug. Ich möchte an sich gerne Urlaub planen, aber ich habe den Mut noch nicht. Und in dem Moment, in dem du anfängst, mit dir selber ehrlich zu sprechen, gehst du in die Eigenverantwortung. Wir alle, jeder von uns, jeder, der diese Folge hört, inklusive mir selber, wir reden uns unser eigenes Leben schön. Wir sind in unserem eigenen Leben meistens der Mittelpunkt. Und das ist richtig so. Es sollte tatsächlich so sein. Wir sollten der Mittelpunkt von unserem eigenen Leben sein. Das ist deine Aufgabe. Aber wir fangen dadurch an, uns selber schön zu reden. Wir fangen dadurch an, uns ins Opfer zu begeben, wo wir nicht Opfer sein müssen. Denn in dem Moment, wo du dir selber zugestehst, dass du noch nicht kündigst, weil es dir im Moment noch nicht wichtig genug ist oder weil du den Mut noch nicht hast. Oder dass du den Urlaub noch nicht buchst, weil du den Mut noch nicht hast. Oder dass du nicht umziehst, weil du noch nicht so weit bist. In dem Moment übernimmst du die Eigenverantwortung. In dem Moment bist du nicht das Opfer der Umstände, sondern du übernimmst die Verantwortung dafür, warum du es nicht tust. Und diese Eigenverantwortung zu übernehmen ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass du lernst, die Verantwortung für deine eigenen Taten oder dein eigenes Nichttun zu übernehmen. Niemand urteilt über dich. Niemand. Niemand hat das Recht darüber zu urteilen, ob du etwas machst oder nicht. Und wenn du etwas nicht tust, dann ist ganz offensichtlich deine Schmerztoleranz noch nicht erreicht. Offensichtlich bist du noch nicht an deiner Toleranzgrenze angekommen. Und das ist in Ordnung. Es ist überhaupt nicht schlimm. Niemand sagt, wann deine Toleranzgrenze erreicht werden muss und wann du jetzt was ändern musst. Das kannst nur du ganz selber bestimmen. Aber sei dir selber gegenüber ehrlich. Sei liebevoll dir selber gegenüber und nimm dich liebevoll an. Weil wenn du dir immer nur sagst, ich kann nicht, aber, ich würde eigentlich gerne, aber, dann bist du dir selber gegenüber nicht ehrlich. Wenn du anfängst, dir zu sagen, ich bin noch nicht so weit. Meine Toleranzgrenze ist noch nicht erreicht. Ich fühle mich noch nicht stark genug, dies zu tun. Dann bist du dir selber gegenüber ehrlich. Und du lässt dich dann auch nicht mehr überrumpeln von anderen Menschen. Sondern du bist in dem, was du tust, authentisch. Und du setzt dich für dich und für deine Bedürfnisse ein. Du bist dir selber gegenüber so ehrlich, dass du erkennst, wo du bereit bist, eine Veränderung zu erwirken. Und wo du deine Toleranzgrenze noch nicht erreicht hast. Und wo du noch bereit bist, auf dem Weg weiterzugehen, der dich zwar vielleicht nicht glücklich macht, aber auf dem du dich gleichzeitig irgendwo sicher fühlst und für den du nicht so viel Mut brauchst. Ich will hier einen kurzen Schlenker machen und mit dir über das Gehirn sprechen. Und ich weiß, ich habe dieses Beispiel schon öfters gebracht und ich werde es noch ganz oft bringen. Unser Gehirn ist nur in der Lage, von vergangenen Erlebnissen auf zukünftige zu schließen. Unser Gehirn ist nicht wirklich kreativ. Das kann sich nichts zukünftiges einfach so erschaffen. Es braucht quasi Erlebnisse aus der Vergangenheit, um etwas Neues zu erschaffen. Und diese vergangenen Erlebnisse sind ja häufig nicht besonders produktiv, wenn wir das mal so nennen wollen. Also wenn für dich zum Beispiel ein Umzug immer mit großem Stress verbunden ist, dann wird dein Gehirn dir sagen, jeder Umzug ist riesig stressig und ein Umzug muss um jeden Preis vermieden werden. Aber wenn du jetzt in einem Zuhause lebst, in dem du tatsächlich komplett unglücklich bist, in dem du dich nicht wohlfühlst, dann wäre es wichtig, dass du diesen Umzug angehst. Auch wenn dein Gehirn da Alarm schlägt und dir da was erzählen will. Und da geht es darum, dass du auch dir dieser Prozesse in deinem Gehirn bewusst wirst, dass du erkennst, ach so, das ist mein Gehirn, das mir dies sagt. Es hat nichts mit meinem eigenen Glaubenssatz oder mit meinen Prozessen zu tun, sondern mein Gehirn orientiert sich an vergangenen Erlebnissen und schließt von diesen vergangenen Erlebnissen darauf, dass die zukünftigen Erlebnisse grauenhaft werden müssen. Das ist nicht so. Ein zukünftiges Erlebnis kann großartig werden. Wieso sollte denn ein Umzug nicht komplett harmonisch sein? Was spricht denn dagegen? Wieso dich nicht einfach dafür öffnen und diesen harmonischen Umzug für dich manifestieren? Denn das ist etwas, was du kannst. Du kannst Veränderungen manifestieren. Aber das braucht Zeit und es braucht Kraft und es braucht Mut. Und vielleicht ist dir dieser Umzug gerade nicht so wichtig im Moment. Vielleicht ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Und deswegen sagst du immer, ich würde gerne eigentlich umziehen aber. Denn in dem Moment, in dem es der richtige Zeitpunkt ist und in dem deine Seele soweit ist, da wirst du umziehen. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Ich kenne auch aus meinem eigenen Leben, dass es Dinge gibt. Da bin ich einfach noch nicht bereit dafür. Ich habe gerade im Moment eine Situation, da geht es darum, etwas zu entrümpeln. Und ich habe mehrere Menschen in meinem Leben, die mir sagen, hey komm, ich helfe dir, ich mache das für dich. Und jedes Mal, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, an dem Tag habe ich Zeit, ich mache das für dich, bin ich in blanke Panik ausgebrochen. Die Vorstellung, das anzugehen, ist im Moment für mich unangenehmer als das, was danach kommen könnte. Und obwohl ich im Kopf verstehe, dass es Zeit ist, diese Entrümpelung anzugehen, ist in meinem Herz die Zeit noch nicht da. Mein Herz sagt noch Nein dazu. Mein Herz braucht noch Zeit. Und das ist völlig in Ordnung. Und in dem Moment, in dem ich erkannt habe, dass ich noch nicht soweit bin, konnte ich das aussprechen und es ist überhaupt kein Thema mehr. Ich konnte für mich erkennen, aha, ich bin noch nicht soweit. Auch wenn mein Kopf rational erklärt, es ist nur das und das und das, ist mein Herz noch nicht soweit, es wirklich umzusetzen. Und solange mein Herz noch nicht soweit ist, muss ich es gar nicht probieren. Ich habe erkannt, mein Herz ist noch nicht soweit. Ich bin noch nicht soweit, es zu tun. Und darum ist es nicht so schlimm. Darum kann ich es einfach im Moment so stehen lassen, wie es ist. Denn in dem Moment, in dem mein Herz soweit ist, es zu tun, werde ich es angehen. Und dann braucht es keine Kraft mehr. Dann ist es nicht ein Krampf und ein Kampf, sondern es ist einfach erledigt. Aber ich sage nicht, ich möchte es eigentlich tun, aber. Sondern ich sage, du hast recht, es ist an der Zeit, es zu tun, aber ich bin noch nicht soweit. Und ich habe hier auch ein Aber genommen in dem Satz. Weil Aber ist nicht immer schlimm. Ich habe aber gesagt, ich bin noch nicht soweit. Ich habe die Verantwortung übernommen. Ich bin in die Eigenverantwortung gegangen und ich habe sie übernommen und ich bin in die Ehrlichkeit gegangen damit. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin noch nicht soweit. Es geht noch nicht. Ich brauche Zeit, um das tun zu können. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich brauche. Aber ich habe die Verantwortung dafür übernommen. Und ich bin sicher, du verstehst den Unterschied. Es geht immer darum, dass du mit dir selber in deiner Selbstkommunikation so ehrlich bist, dass du die Verantwortung bedingungslos übernimmst. Wenn du nur mit dir selber sprichst, dann darfst du ehrlich sein. Niemand könnte über dich urteilen, außer du. Und du hast kein Recht, über dich selber zu urteilen. Es ist nicht in Ordnung, über dich selber zu urteilen. Du darfst ganz einfach sein, wer du sein möchtest. Und wenn das bedeutet, dass du nochmal eine Runde drehst und nochmal einen Monat die Veränderung nicht einläutest, dann ist es völlig in Ordnung. Denn du bist mit dir selber ehrlich gewesen. Und du hast deine eigenen Bedürfnisse ernst genommen. Und wenn dieses Bedürfnis bedeutet, die Toleranzgrenze ist noch nicht erreicht und ich bin noch nicht so weit, dann ist es völlig in Ordnung. Und es ist komplett egal, was jemand aus dem Außen sagt und ob deine beste Freundin einverstanden ist damit. Es ist komplett egal. Denn du hast für dich erkannt, dass es für dich noch nicht stimmig ist. Dass du noch nicht so weit bist. Und dieses Erkennen bringt die Klarheit und es bringt die Ehrlichkeit und es bringt die Achtsamkeit im Umgang mit dir selber. Und das ist es, wo du hin willst. In die Achtsamkeit im Umgang mit dir selber. Und darum probier es nochmal mit mir. Sprich einfach mit mir oder sprich mir nach. Gute Sätze sind, ich bin noch nicht so weit. Ich habe den Mut noch nicht. Und ganz wichtig. Es ist mir im Moment nicht wichtig genug. Es ist mir im Moment nicht wichtig genug. Ich gehe es nicht an, weil es mir im Moment nicht wichtig genug ist. Und damit will ich für heute enden mit dem Seelenschimmer Herzensdialog. Denn Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.